Wo möchte ich wohnen? Ich möchte halt eigentlich echt gerne da oben in diesen Dingsbums da wohnen. Aber ich glaube, das wird schwer, weil da unten wohnt. Wahrscheinlich jetzt auch irgendwer cool ist, oder? Bei so einer Schabrackentür kann da niemand cool ist, wo? Wer ist denn Rolo? Ich glaube, Rolo können wir weg ekeln, oder? Dann kann ich mein Haus nämlich doch tatsächlich hier hinbauen. Das fände ich voll cool, wenn das hier stehen könnte. Oh nein, ich habe Birnen. Ah! So, nachdem ich mich von dem Birnstock erholt habe, habe ich meine Sachen gepackt und gesagt, fuck it, hier wohne ich nicht und bin in eine neue Stadt gezogen. Und habe jetzt auch einen perfekten Platz für mein Haus. Das heißt, alles ist cool. Ich bin ein bisschen happy. ... Bein da, wie ich bin. Das ist etwas, was ich wirklich véritуем? Ich bin mir Smart. Wie bin ich sein ?